ja ja mehr highlights in den videos es guckt doch sowieso keiner zu das letzte video zehn aufrufe juckt überhaupt nicht ne wohne ich bald unter der brücke ganz genau perfekt ja genau jawohl da seid ihr schon leute mensch ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen ich habe hier ein paar schild und schwert booster habe ich mir kauf fix zehn stück einfach mal so ich habe mir das ja sonst noch nie gekauft als display immer nur mal so in diesem kollektion deswegen fehlt mir auch eine ganze menge und deswegen eine gold karte hier drin zwei gibt zur auswahl komm vorwärts die wollen wir haben bitteschön nehmt den mal mit pflanzenenergie adressbuch kingler ritzeros die habe ich auch noch nicht gehabt weil die kamer gut von den kreis ja galopp galoppa ist nicht wichtig das hier ist wichtig für euch eins zwei drei vier elektroenergie ich hab ich hab das gefühlt hat eigentlich es läuft so hyperdrank rübel kigli bonita baumboll hoplo salanga waldi lampe wie klose miroslav und genau die gibt es auch in gold sarkian sorry saschian manche sagen sechian aber bei zama center heißt es dann sammer center leute das z a wird bei beiden schon gleich ausgesprochen deswegen wäre ich für saschian v kühne schwert couragierte klinge geil das ist die wertvollste karte aus dem set in der anderen raritätsstufe natürlich so bitteschön glücksei zwollock habe ich auch noch nicht ja dickdreh und ein sehr verängstigtes dann haben wir galazick zacks socken somnieren so knirn schimpel das ist doch mal was das ist doch mal eine nette karte habe ich noch nicht nehme ich gern mit zeige ich euch noch mal gern schönen action hier mit seinem gift gefällt mir nächste buster nächstes code für euch 1 2 3 4 feuer energie bam sich die erneut tauschenergie zu gewinnen dick da knet kastadur goldini goldini sorry goldini goldini wasser jim sticks wie das vermikula habe ich zwar noch nicht aber ja jetzt hier bitte nicht eine goldene karte also die frau aus dem sammelgeschäft die hat einfach so ein regal und da sind die ganzen booster aufeinander ich habe einfach gesagt hier komm voll machen bd und dann hat sie diese zehn einfach von oben genommen ich denke mal die werden auch einfach nur aus einem display sein und da einsortiert das heißt wir haben hier eine secretware und ich habe hier sehen das ist eine item karte das sollte eigentlich bedeuten wenn die anderen auch aus dem gleichen display sind damit sollte das goldene vorüber sein also die chance auf eine goldene vergeben normal hat man nämlich nur eine sanaconda und gewöhnliche angel ist sicherlich nicht so viel wert gönnt euch die noch einfach hier und da haben wir eine goldene easy mac peasy sehr sehr geil nächste premium so werde schön den tod uns dos tres feuer man keine feuer energie flottball voltula habe ich auch noch gar nicht gesehen die ballon muschers von kiefer punita me me marakamba super ball und chillabel jawohl müll der feinsten güte klasse oh yeah boy 10 booster kann man sich eigentlich schon nicht beschweren und jetzt sogar noch eine zweite premium und noch eine starre energie das kann ja wohl nicht wahr sein pokekind phonifras lunschlick thermopods zickzacks sockniam snomnom die reihenfolge hatten wir schon micro reverse packen wir hier in die hölle und lassen sie hier liegen wir lassen sie einfach mal liegen wir gucken mal was noch passiert damit ihr auch mal am video dran bleibt hier schon wieder eine also wenn ihr aus einem display sind ist das jetzt ganz schön unwahrscheinlich schon der code 1234 auch die packen wir in der hülle nice jetzt auch ich soll gerade sagen jetzt haben wir die starren energie aber ich bin ich bin einfach zu blöd zum gucken rizzeros großes amulett jimsex poo punch wolle whatsapp mullung klopter puss anstreng nebulac die farbe habe ich auch auf meinem auto eigentlich wundere ich mich auch nicht warum mir keiner zuguckt wieder einen saftig schmatzigen code für euch welche energie leute einmal kurz das ist feuer oh mann luftballon pokekill phonifras klebtifuchs oh den habe ich aber auch sehr selten auf jeden fall Pupanze Krabi Picochilla Hopplo ey noch ein holo so hab ich auch noch nicht lebensstreuer hypnos schuss das gefällt mir bevor wir das öffnen weiter gibt es diese karte kodl v full art variante jawohl die karte gucken wir uns gleich an vorher guckt ihr euch aber erstmal diesen code an feuer feuer die habe ich jetzt 50 mal schon gesagt und sie kam nicht es ist pflanzen energie es ist stahl energie perfekt klunschlägt übertrank rübel pampudi gladianti hopplo klebti fuchs erneut lampi huuuu und müll wir haben auch noch eine karte und die ist humanolith vmax full art variante das war nochmal richtig saftige 10 booster oder mega mega geil ich hoffe mit den codes habt ihr ähnlich viel glück gehabt ich hoffe mit dem video habt ihr ähnlich viel spaß gehabt ich bedanke mich recht herzlich fürs einschalten fürs zuschauen achja ihr seht ja dieses video jetzt in anderthalb stunden hoppen wenn alles klappt will sehen uns donnerstag wieder bis dahin und tschüss kennens jetzt stimmts schnitt knill schaffst du so schnell das video nirga nirga